Elterngeheimnis um Lisa und Lena gelüftet. Seit Wochen spekuliert das Netz. Die berühmten Musical.ly Twins sind adoptiert. Jetzt klären die 14-Jährigen selbst via Twitter auf. Hey Leute, ja wir wurden adoptiert. Wir leben in unserer Familie, seitdem wir sechs Monate alt sind. Und wir sind so glücklich und dankbar, dass wir sie haben. Wir würden nichts daran ändern wollen. Wir sind im Reinen mit unserer Vergangenheit. Und dass die zwei glücklich sind, steht bei ihren fetten Dauergrinsen wohl außer Frage. Wir sind im Reinen mit meiner Energie.